Musik Erweitere mein Gebiet. Das war das Gebet, das Jabesh, der Mann, der uns im Alten Testament vorgestellt wird, gebetet hatte. Er, der unter so notvollen Umständen geboren war, so negativ im Namen, er wandte sich an den, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wandte sich an Gott und setzte sein ganzes Vertrauen da rein, dass Gott ihm helfen würde. Er brauchte den Segen Gottes. Er betete, halte Unglück von mir fern. Und Gott antwortete diesem Mann und segnete ihn und erweiterte sein Gebiet. Heute ist für uns eine andere Situation. Aber vielleicht brauchst du auch einfach diese Erweiterung deines Gebietes, die Erweiterung in deinem Leben, die Erweiterung in den Dingen, zu denen du herausgefordert bist. Vielleicht brauchst du Erweiterung in dem, dass du mehr in Heilung hineindrückst, dass du mehr Segen von Gott erwartest, dass du mehr an Tiefe im Glauben gewinnst. Vielleicht brauchst du einfach diese Erweiterung in deinen ganz normalen persönlichen Bedürfnissen. Gott ist dein Versorger, so sagt es die Bibel. Gott wird die Dinge für dich zum Besten wirken lassen. Das ist das Neue Testament. Heute möchte ich dir ganz neu einen Vers zusprechen aus dem Psalm 24, der dich ermutigen soll, in diese Gebietserweiterung hineinzugehen, im Glauben quasi da rein zu drücken. Dort heißt es, ich werde Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott meines Heils. Ich gehöre zum Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die das Angesicht des Herrn suchen. Du bist herausgerufen zum Glauben, dass du das Angesicht Gottes suchst, dass du zum Geschlecht derer gehörst, die an ihn glauben, die sich an ihn hängen und die einfach von ihm dieses Segen erwarten, dass du heute in diesem Bewusstsein gehst, Gott wird mich segnen, Gott wird mein Gebiet erweitern. Das ist das, was wir dir wünschen, wo wir beten für dich, dass du in diesem ein Stück vorwärts gehst, dass du im Glauben aufstehst und dass du erfährst, Gott hat mehr für mich.